Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und ich habe jetzt zusätzlich zu meiner Canon R5 seit letzter Woche auch noch eine Canon R6. Super interessante Kamera. Und ich habe mir jetzt mal beide Kameras geschnappt heute, habe ein bisschen 1 zu 1 Vergleichsmaterial gedreht, was ihr euch übrigens unten in der Videobeschreibung runterladen könnt, um das zu machen, was ich heute vorhabe, nämlich schauen, wie gut denn meine PCs und euer PC mit dem Material aus einer Canon R5 oder aus einer Canon R6 klarkommen würden. Denn das ist gar nicht so einfach. Schauen wir uns das mal an, also Film ab. Während die R5 ja auch 8K Video aufzeichnen kann, was aber tatsächlich eher eine Spielerei ist, was kaum jemand braucht, bringt selbst das 4K Videomaterial aus der R5 und auch das aus der R6 aktuelle PC-Systeme mächtig gewaltig ins Schwitzen. Das liegt an drei Faktoren, nämlich beide Kameras nehmen HEVC auf. Im HEVC H.265 Codec 10-Bit Farbtiefe, das beides zusammen wäre erstmal noch kein Problem, aber noch dazu 4.2.2 Subsampling. Das ist erstmal super cool, denn das kennen wir intern aufgezeichnet in diesem Format in einer Kamera noch nicht. Problem davon ist aber nicht, dass es eine bessere Farbdarstellung bietet, dass man damit schöner Colorgraden kann, sondern schlicht und ergreifend, dass moderne PCs dieses HEVC 10-Bit 4.2.2 Material nicht nativ dekodieren können. Das heißt, es gibt keine Grafikchips, die dieses Material nativ hardwarebeschleunigt dekodieren können. Und das ist insofern ein Problem, da dann der Prozessor oder die Grafikkarte ohne Hardwarebeschleunigung sämtliche Dekodierarbeit von diesem Material übernehmen muss und das bringt die PCs Max mächtig ins Stocken. Ich habe hier hinter mir drei verschiedene PC-Systeme stehen. Erstmal meine Workstation. Da drin steckt ein AMD Threatripper mit 32 Kernen, 128 GB RAM, 2x2 TB SSDs im RAID 0 und noch dazu eine NVIDIA RTX 2080 Ti mit 11 GB VRAM. Diese Maschine bringt eigentlich nichts aus der Ruhe beim Video-Editing. Noch dazu habe ich hier stehen ein MacBook Pro 16 Zoll mit dem 8-Kern-Intel-Prozessor, mit der AMD 5500M mit 8 GB Grafikspeicher und 32 GB RAM, 1 TB SSD. Das ist auch eine richtig ordentliche Maschine. Und noch dazu habe ich hier einen Surface Laptop 3 in 13,5 Zoll. Denn, rein theoretisch, ist der Prozessor, der in diesem Ding hier drinnen steckt, aus der Intel Ice Lake Generation, der einzige Prozessor, der eine integrierte Grafikeinheit hat, die eben dieses 422 10-Bit-HIVC-Material nativ dekodieren kann. Woran es dann aber im Endeffekt doch scheitert, das zeige ich euch gleich. Ich habe mir das Material, was ich heute aufgenommen habe, mal auf meine süße, kleine, 1 TB große Orico SSD kopiert. Und den Formfaktor, den finde ich richtig cool. Das Ding ist auch super schnell, denn das liest und schreibt mit bis zu 1000 MB pro Sekunde. Und so hatte ich gleiche Voraussetzungen, sowohl an der Workstation, als auch am MacBook, als auch am Surface Laptop 3. Also alle haben das Material von dieser SSD gelesen, so dass dort gleiche Verhältnisse geherrscht haben. Und nicht irgendwie die Workstation das besser hinbekommt, weil die SSDs da drin einfach viel schneller sind, als die im MacBook und als die im Surface Laptop 3. Link zu dem Ding findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was ich ziemlich interessant finde, ist die Tatsache, dass das 8K RAW Material aus der R5 auf allen Systemen am besten läuft. Also das läuft auf der Workstation, das läuft auf dem MacBook und das läuft auch auf dem Surface Laptop. Der hat damit zwar ein paar Probleme, einfach weil er nur einen Vierkernprozessor mit integrierter Grafikkarte hat, aber die anderen beiden Probleme spielen das RAW Material flüssig ab. Das liegt einfach daran, dass RAW Material eben nicht dekodiert werden muss. Das ist ein Rohdatenstream direkt aus dem Sensor. Der hat zwar eine riesige Datenrate, aber der hat eben dieses Problem des Decodings nicht. Das heißt, da muss kein HEVC-Codec entpackt werden, damit das flüssig abgespielt werden kann. Und deshalb läuft das 8K RAW Video quasi am flüssigsten. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass sowohl die Workstation als auch das MacBook am wenigsten Probleme mit dem IPB-codierten Material haben. Der IPB-Codec ist quasi ein Long-Gob-Codec, das heißt, da werden Bildergruppen zusammengefügt und komprimiert, so dass man die Datenrate möglichst gering halten kann. Das sorgt für eine minimal schlechtere Bildqualität, kann auch zu Kompressions-Artefakten führen, aber dieser IPB-Codec lässt sich auch auf dem MacBook und auf der Workstation flüssig abspielen in 24FPS. Bei 60FPS hatte das MacBook dann so seine Probleme, die große Workstation zumindest nicht. Da ist einfach die Grafikkarte und der Prozessor schneller und schafft es, da einen flüssigen Datenstream zu liefern. Problematischer wird es aber beim Material, was mit All-I-Codierung aufgezeichnet würde. Das kann die Canon R6 nicht, das kann nur die R5 und das ist eigentlich für Editing gemacht, denn bei All-I wird jedes Einzelbild verpackt im Codec und so hat man eine bessere Bildqualität ohne Kompressions-Artefakte. Problem davon ist aber, dass der PC damit mehr Arbeit hat als mit einem IPB-Codec, also mit einem Long-Gob-Codec und deshalb schafft das nur die Workstation in 24FPS. Bei 60FPS schafft das nicht mal diese 6.000 Euro teure Workstation. Das ist schon ziemlich heftig. Wie gesagt, das kann nicht nativ dekodiert werden und deshalb muss die CPU und die Grafikkarte die ganze Arbeit stemmen und schafft das in diesem Fall eben leider nicht. Was auch ziemlich interessant ist, ist, dass abgesehen vom Codec und der Framerate, der Modus in dem die Kamera sich befindet, keine Rolle spielt. Denn egal, ob ihr bei der R5 im Crop-Modus aufzeichnet oder bei der R6 oder im Vollformat-Modus, das macht keinen Unterschied. Und bei der R5 macht es auch keinen Unterschied zwischen der 4K-Abspielgeschwindigkeit mit dem HQ-Modus und ohne HQ-Modus. Im Endeffekt weiß das Material nicht, dass der HQ-Modus zum Einsatz kam und kodiert ist, genauso nur eben mit weniger Informationen, die vom Sensor geliefert werden. Ist auch ziemlich interessant. Also alles in allem kann man sagen, da die R6 eben nur IPB aufzeichnet, eignet sie sich schon mal ein Stück besser für das native Bearbeiten. Die R5 mit ihrem All-Eye-Modus sollte da zwar theoretisch besser sein, ist es aber in der Praxis leider nicht. Das heißt, wollt ihr eine möglichst smooth native Schnitt-Performance haben, dann IPB-Modus rein oder eben 8K RAW, wenn das was für euch ist. Was auch ein bisschen verblüfft, ist natürlich die Tatsache, dass eigentlich dieser kleine leichte Surface Laptop 3 hier, der einzige aus den drei Maschinen hier ist, der rein theoretisch die Möglichkeit besitzt, dieses Material nativ zu dekodieren. Aber leider gibt es noch keine Software, die das macht. Das heißt, weder die Abspielprogramme, die puren Abspielprogramme, noch die Videoschnittprogramme schaffen das, die Grafikeinheit, die hier drinnen sitzt, so zu nutzen, dass das Material nativ dekodiert werden kann. Das heißt, auch in diesem Fall hier versucht, der Prozessor komplett das Material zu dekodieren. Und das klappt natürlich bei einem 4-Kern-Prozessor, der in einem Thin-and-Light-Notebook steckt, deutlich schlechter als eben bei dem 8-Kerner im MacBook Pro oder bei dem 32-Kerner in meiner großen Workstation. Also leider, die Theorie sagt zwar ja, die Praxis sagt aber nein, da wie gesagt noch der Software-Support dafür fehlt. Wenn der Software-Support irgendwann mal kommt, dann wäre natürlich so ein Surface Laptop 3 oder auch ein MacBook Pro 13 Zoll aus dem Jahr 2020, was denselbe Prozessor-Generation verwendet, eine mega kleine geile Maschine, mit der man richtig, richtig gut R5 und R6 Material schneiden könnte. Also zumindest das 4K-Material. Bei dem 8K-Material wird es dann wahrscheinlich trotzdem wieder schwierig werden. Also im Prinzip ist das eigentlich richtig gut, was Canon macht, mit dem 4-2-2-Sub-Sampling. Denn das konnte bisher noch keine andere Kamera in diesem Codec intern aufzeichnen. Die Fuji X-T4 von Micha zum Beispiel, die wir auch mit in Bayern hatten und die uns dort gefilmt hat, die nimmt zwar 10-Bit intern im HIV-C-Codec auf, aber eben nur 4-2-0-Sub-Sampling. Das sorgt dafür, dass ich das komplett problemlos, Hardware-beschleunigt schneiden konnte. Sowohl auf dem MacBook als auch auf der Workstation und auch auf dem Surface Laptop 3. Denn das wird von DaVinci Resolve problemlos Hardware-beschleunigt. Tja, nur leider eben nicht dieses 4-2-2-Sub-Sampling. Und leider kann man der Canon auch nicht sagen, ey hier, verzichte auf das 4-2-2-Sub-Sampling, ich will das Zeug jetzt mobil bearbeiten und nimm mal bitte 4-2-0-Sub-Sampling. Geht leider nicht. Das heißt, man kommt Stand heute mit einer R5 oder einer R6 definitiv nicht ums Transcoding herum. Und das braucht Zeit. Wenn ihr viel Material in 4K mit 60, 24, 120 FPS aufzeichnet und das dann transcodiert in Proxy-Dateien oder in optimierte Medien, also zum Beispiel DNX-HR oder ProRes 422, dann dauert das. Das heißt, ihr braucht dafür auch noch CPU und GPU-Power. Das funktioniert natürlich auf dem MacBook auch ganz okay, denn das Ding ist dafür optimiert und das funktioniert auch auf der großen Workstation, aber leider dauert das seine Zeit. Das heißt, einfach so die Speicherkarte aus der Kamera nehmen, die in den PC stecken, importieren und anfangen zu schneiden, das wird in den wenigsten Fällen möglich sein. Am ehesten noch im IPB-Modus, im All-I-Modus könnt ihr das nur auf den krassesten Maschinen machen und 8K RAW geht natürlich auch. Geht sogar mit Abstand am flüssigsten. Naja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, um so einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was die R5 und die R6 so beim Videoschnitt auf euren PC zukommen lassen. Ich hoffe, dass vielleicht die neue Nvidia-GPU-Generation, die heute vorgestellt werden soll, es schafft, 422 10-Bit HEVC-Material nativ zu dekodieren. Dann heißt es aber natürlich auch noch nicht, dass man die neue Grafikkarte in den PC steckt und dann geht das, sondern dann muss auch noch die Software optimiert werden, damit das klappt. Ich habe das jetzt mit DaVinci Resolve getestet, aber die Downloads mit dem Material findet ihr natürlich unten und dann könnt ihr das auch mit eurem Editing-Programm, sei es Final Cut oder sei es Adobe Premiere Pro, könnt ihr das testen und ausprobieren, wie euer PC mit dem Material klarkommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.